Felix, haben Sie vielleicht Sorge, dass Sie jetzt auch so ein Image haben von jemandem, der nur kurzfristige Engagements übernehmen kann? Natürlich ist das eine meiner Sorgen, weil ich jetzt als dritte Trainerstation beim HSV fast zwei Jahre war, in Nürnberg nur eine Saison und auch jetzt nur ein Jahr oder fast ein Jahr in Bremen. Da kommt man schnell so einen Stempel, wobei, wenn man halt die Gründe untersucht, warum ich den Verein verlassen habe oder den Verein verlassen musste, sind natürlich so unterschiedlich, die haben also alles nichts miteinander zu tun.